ja hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play Jedi Fallen Order und mit der Musik zusammen wird ja wird das Video hier gestrikt aber da ich sowieso kein Geld damit verdienen ist das kein Problem gut ja wir haben gerade ja passend zur Musik Vader getroffen ja die zweite Schwester hat getötet weil wir sie besiegt haben und Siri ist runtergefallen aber ich glaube nicht dass sie tot ist ja und wir sind weiterhin auf der Flucht und mal schauen dann hat sie es wirklich nicht geschafft ja die Frage ist ob wir wieder wirklich entkommen ich glaube ich glaube nicht ich glaube der kommt noch mal ja 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 übergebt das Hologron das gebe ich euch nie abwarten ja 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 hier ist sie kommen ihr werdet die Kinder nie bekommen ja 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 so viel Hass aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden sie ist stark als das ähm ja naja ja ja stark mit der dunklen Seite ne n ne Ne keine ne 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 Ich bin mega stark in der Macht. Komm, nimm doch einmal... Ach, du bist so entführt. Oh, unsere Freundin ist da. Oh, der ist voll besorgt. Ja, da draußen sind sie. Na, da draußen. Verzeihung. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Hey. Hey. Und was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Also, wenn es ihnen nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht auch bleibe und sie ein nächstes Ziel bringe. Hehehe. Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ja, versteckt ist. Oh, er zerstört jetzt. Ach, krass. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Und wohin jetzt? Und das war's. Krass. Uiuiui. Ich glaube, dann werde ich das am Ende der letzten Folge anschließen bei 6 Minuten. Ist jetzt auch nicht so wild. Ja, vorbei. Mal schauen. Ja. Ja. Ein sehr krasses Spiel. Also, hat ein paar Macken. Aber, ich finde es hat zu Recht so viel Hype und Lob einstecken können. Es ist halt mal wieder ein, endlich mal wieder ein Jedi-Spiel, das sich nach Star Wars anfühlt. Und es ist ein Singleplayer. Endlich. Ich hoffe, dass EA das jetzt checkt, dass Singleplayer-Games halt immer noch, oder, also, die waren nie wirklich weg vom Fenster und ich hoffe, dass sie darauf jetzt aufbauen. Ja. Und vielleicht sogar, wenn wir eine Fortsetzung machen. Und das ist ja sehr cool. Ich mag die vier zusammen, die passen sehr gut zusammen. Und, ja. Vielleicht, äh, werden sie Rebellen, vielleicht, ja, suchen sie andere, ähm, Überlebende von Order 66. Wie sie eben Carl, äh, gerettet haben vor der Inquisition. Und, ja. Ich bin auch, äh, gespannt, also ich, äh, es wär auch spannend zu sehen, was mit, äh, Siri jetzt, äh, passiert, weil sie hat ja der Macht wieder erlaubt, ähm, ja, zu kommen, sag ich mal. Und, ähm, ja. Dadurch hat sie, also sie ist echt sehr mächtig in der Nacht, in der Macht. Also sie hat ja das Lichtschwell vom Vader aufgehalten. Das können auch eigentlich nur die wirklich krassen Machtnutzer, also wie Yoda oder, ähm, Chara hieß die, glaub ich. Äh, und paar vom, äh, also es, es konnten wirklich nicht, äh, viele, äh, Laserschwerter eben mit der Macht aufhalten. Ähm, ja. Aber ich, ich bin richtig froh, dass sie, ähm, also das, äh, EA und, äh, die, die Macher, äh, sich für diese Scenery, ähm, entschieden haben. Also kurz nach Order 66. Das ist, äh, noch ein bisschen von, äh, von den Clone Wars eben durchschwingen, von der alten, äh, von der Republik. Eben, also von der neuen Republik. Und, äh, ja, das, ich, 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 äh, echt gefeiert, dass, äh, die, äh, Schwestern der Nacht und der Brüder der Nacht, äh, nochmal hervorkamen. Das ist, äh, ne ziemlich spannende, spannende, ähm, ne, Ding. Und, ähm, ja. Ja, wie, äh, wie schon, äh, gesagt, also wer sich für das, ähm, für Clone Wars und so weiter interessiert, der kann mir, äh, ruhig der, der Serien eine Chance geben. Es war, also, ist zwar computeranimiert und, ähm, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Vor allem die erste Shuffle ist, äh, ziemlich auf Kinder gemacht, aber es wird düsterer. Es wird sehr viel düsterer und auch richtig geil. Also ich feier die wirklich. Und, äh, ja. Allgemein, also ich hab, äh, sehr viele Bücher gelesen, Comics gelesen, äh, auch in Form von Hörbüchern. Da gibt's ja vor allem, ähm, vor allem über die, äh, die Zeit vom fünften bis sechsten, so was. Und danach eben mit, äh, Luke Skywalker und so. Ähm, aber auch, äh, über, äh, Knobi und die Clone Wars und, äh, Master Windu, also Katana und so. Da gibt's ja sehr viele. Und ich muss sagen, mir gefallen die, äh, über Clone Wars am meisten. Weil ich finde die Klone auch richtig cool, richtig lässig. Ähm, aber, naja. Deswegen herfreut es mich ja riesig, dass es eben in dieser Zeit gespielt hat. Und EA schafft es wirklich, ähm, die Spiele richtig, richtig gut aus, äh, sehen zu lassen. Aber, ja, das, das ist halt auch nicht das Hauptkriterium. Ähm, aber ja, sie haben's hier gut gemacht, dass sie auch die Story eben, äh, nicht zu kurz kommen haben lassen. Ähm, was mich genervt oder gestört hat, waren die ständigen Rutschpassagen. Das war so total unnötig irgendwie. Also, ein paar Mal war's lustig. Aber, ja, mit der Zeit, äh, es ist halt einfach total unlogisch, dass, irgendwie, zum Beispiel in, ähm, äh, im Kreuzschiff, ähm, in der Veneta eben eine Rutsche ist. Eine Eisrutsche. Hä, was soll das? Oder, also, so im Gebirge, ja, okay, da ist es völlig in Ordnung. Aber, naja, gut, muss jetzt nicht sein. Ähm, und, ja, die, äh, die Alpha-Wände waren spürbar und das sollte eigentlich nicht sein. Äh, bei so'n, so, äh, das, äh, äh, das war kein Open World, sondern halt, äh, schon Tunnel, äh, System, sag' ich mal. Aber, ähm, ja, das kann man geschickter, geschickter machen. Ähm, es hat mir auch sehr gefallen, dass es, äh, dass die Endgegner richtig schwer waren. Also, wahrscheinlich, weil ich's, äh, nicht einfach oder mittel, also, ich hab's auf Jedi-Ritter gemacht, glaub' ich. Ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich eingestellt hab. Ähm, aber, ja, ähm, ja, zocken wir richtig, 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 richtig. Ich werd's auf jeden Fall nochmal, äh, selbst für mich ein bisschen zocken, damit ich halt die, die ganzen, ähm, Kisten und so weiter freischalte. Das hat mich auch, äh, ein bisschen gestört, warum man, ähm, ähm, ah, genau, genau, zwei Sachen. Also, die, die Ponchos, da hätte ich mir mehr, mehr erwartet. Also, wenn man schon, äh, so Kisten macht, wo eben Kosmetik-Sachen drin sind. Okay, das, das machen wir sau viele, ähm, Spiele zur Zeit, oder, äh, in letzter Zeit. Äh, das ist auch okay. Ähm, aber, dann hätte ich, äh, schon andere Kleidungsstücke genommen. Also, Poncho ist in Ordnung, das, das kann man so machen, aber dann hätte ich vielleicht auch ne Jedi-Robe, oder, ähm, ein, äh, vielleicht, äh, dass, dass man sich auch als Clone, äh, ne, nicht auch als Clone Trooper, sondern als, ähm, Stormtrooper verkleiden kann, oder die Rüstung von denen benutzen kann, oder irgendwas. Äh, dass, dass man halt nicht so immer ein Poncho in verschiedenen Farben hat, sondern eben auch was anderes. So, und, äh, das mit den Skills, ich kann schon verstehen, dass, äh, sie das, äh, also, warum sie das so gemacht haben. Dass man nicht, äh, eben, zu jeder Zeit, die, ähm, die Fähigkeiten erlernen kann. Die haben es auch sehr gut in die Geschichte, ähm, ähm, integriert, dass eben Kyle, äh, nach Order 66, eben, das Gelernte komplett abgeblockt hat. Und das wieder erlernen musste. Das, äh, das war sehr gut. Aber trotzdem, äh, es hat, es hat sie, äh, nicht so geil angefühlt, sag ich mal. Also, wenn man irgendwie einen Fähigkeitspunkt erlernt hat, äh, war es bis zur Mitte des Spiels irgendwie so, ja, hm, ja super. Am Schluss, äh, hat sich sehr super angefühlt, dann, äh, endlich, äh, drei Fähigkeitspunkte und dann, einen coolen neuen, ähm, äh, eine coole neue Fähigkeit erworben. Was ich da schade fand, äh, Entschuldigung, ich, ähm, quatsch die ganze Zeit. Ähm, was ich halt auch schade fand war, ähm, dass die ganzen Fähigkeiten bei den Endbossen überhaupt, äh, total egal waren. Zum Beispiel jetzt bei, ähm, bei der zweiten Schwester, ähm, ja. Ja, also ich, ich, äh, musste eigentlich die ganze Zeit normal draufhauen und ständig, äh, den Force Push machen oder den Pull. Und, äh, ja, so, den F, äh, ansturm oder den, ähm, den Wirbelwind oder sowas, das konnte ich die ganze Zeit nicht machen, weil sie hat mich abgebrochen. Und ich konnte sie, äh, während dem Schlag nicht abbrechen, sondern ich musste halt immer Push machen. Und damit die Macht reicht, musste ich halt die ganze Zeit, äh, auf Push warten. Oder also nur Push machen, damit's eben reicht. Ja, aber, äh, äh, die haben auf jeden Fall geschafft, die, das Star Wars Feeling rüberzubringen. Und ich finde, es ist definitiv ein Kaufwert. Also, es, äh, es fühlt sich nicht so lang an. Also, die, die Hauptquest ist, glaube ich, habe ich, äh, mal nachgelesen, nur 20 Stunden lang. Aber das ist okay, also, man geht ja überall nochmal zurück und, äh, schaut sich in neue, ähm, neue, äh, neue Geheimnisse an und so weiter. Man will ja auch die Geschichte weiter, ähm, schauen und sehen. Ja. Gut, aber auf jeden Fall richtig cool, richtig geil, gefällt mir. Ähm, ja, Kaufempfehlung. Yay! Ich, äh, weiß eh nicht, ob, äh, das bis jetzt noch einer zuschaut. Ja. Gut, ich, ich lass mal die, ähm, die Credits einfach so laufen. Und dann, ja, am Schluss quatsch ich noch mal ein bisschen. Bis dahin, macht's gut. Und, ja, viel Spaß beim Socken. Geheimnis. Wie ist jetzt noch mal ein bisschen ja? Musik Hm, ist noch jemand dabei? Hm, haha Nicht Futter grade Hmhm, nam 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 Hm 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 So ich, ich hab ja gerade bei EA Talent Hab ich Emilia Clarke gelesen und nicht Emily Das wär ein bisschen seltsam gewesen Hm Hm Global Analyst Äh Analytics da sind halt immer so viele dabei da sieht man mal also ich finde das man zeigt ja immer dass die games viel teurer geworden sind aber sie sind auch viel aufwendiger und da stecken jetzt nicht so wie früher so ein paar von computer sondern hier stecken hatte wirklich riesen firmen dahinter mit so vielen leuten die eben bezahlt werden die trailer fand ich auch an sich interessant aber am anfang fand ich so die hat alle in die stimme hat ein bisschen genervt so diese nasale hochnäsige aber an sich jetzt sehr gut gespielt ich fand sehr gut dass man dass man da wirklich noch dahinter gekommen ist was was da passiert ist mit der marine bin ich mal gespannt ob da was laufen wird also falls es zu einem zum add-on oder zur fortsetzung dafür ich bin dafür wo ist der land germany als ist der marine betül julide gülkig wow Klassischer deutscher Name Deutsch ist ja sowieso total multikulturell von dem her ist das überhaupt kein Problem Wieso sollte es auch ein Problem sein also es gibt viele die das als Problem sehen aber ich kann so wird es eigentlich nicht also warum wird es Voicetalent genannt also Synchronsprecher ist schon interessant aber hier ist die ganzen Voicetalents dann ja dann glaube ich mache ich hier schon eine eigene Folge also sonst wird das letzte Video anderthalb Stunden lang das ist ja blöd das ist ja dumm so japanes aber jetzt kann man halt die ganzen wir könnten es auch abbrechen also ich weiß gar nicht ob man es abbrechen kann diese Folge die Folge mit Volk die den Order 66 nochmal miterlebt alter die war so traurig weil dann die Musik dazu war richtig richtig geil das war die Musik ähm ähm die heißt glaube ich Darth Raider ähm incoming irgendwie sowas was mit Darth Raider das ist ja ähm das wird auch gespielt wenn ähm eben Anakin mit der 501sten ähm mit dem 501sten Bataillon die den Jedi Temple auf Coruscant eben übernimmt oder angreift hmm so krass allein wie ähm das Spiel anfängt also richtig cool diese Aussicht wo man oder der Ausblick wo man die ganzen Venators sieht und ähm ja den den Druiden des Druiden Mutterschiff da so krass da sieht man ja da erkennt man ja wie ähm wie kurz das erst her ist auch wenn es fünf Jahre äh dann her ist äh seit dem Fall der Republik ah richtig richtig cool das haben sie auch sehr gut gemacht hmm auf jeden Fall ähm ja wenn noch irgendjemand zuschaut ne weiß ich ja nicht ähm vielen Dank fürs zuschauen ich werde es jetzt ähm mal beenden glaube ich also ich glaube sowieso dass es gleich vorbei ist ähm ähm ja wenn wenn ihr ähm wünsche habt auf irgendwelche spiele lasst es mich hier in den kommentaren wissen ähm es wurde sich auch schon gewünscht dass ich äh Fortnite zocke äh das ja vielleicht irgendwann später aber da muss ich erstmal üben um überhaupt unter den ersten 30 zu kommen ungefähr also ich habe es einmal eingespielt auf äh als es gerade rausgekommen ist mit Freunden aber hat er hat mich nicht so gefesselt ähm naja ich äh ich mag äh ich mag eher so Story-basiert und strategisch ähm Games aber ja wird auf jeden Fall irgendwann auch kommen gut also genau ähm auf meinem Kanal sind auch noch ganz viele andere Let's Plays vorwiegend äh Rumpel War also ein bisschen historisch und strategisch in der Antike spielt es äh Planet Zoo und äh Ghost Raccoon und sowas also könnt ihr mal vorbeischauen würde mich freuen und ich glaube jetzt sind wir auch fertig die ganzen Copyrights hier genau dann bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal fürs Zuschauen ich hoffe euch hat es genauso gefallen wie mir sorry mit dem ganzen Sterben war nicht so geplant und äh ja dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen dass ich wiederhole mich ich warte nur bis das endlich hier vorbei ist gut wenn wenn ihr es geschafft hat so lange durchzuhalten könnt ihr ja mal das in die Kommentare schreiben irgendwie keine Ahnung hab's geschafft oder I'm done oder so keine Ahnung würde mich sehr freuen gut bis dann macht's gut bye bye oi ja Vielen Dank. Jetzt mach mal Hinne. Danke. Ich glaube, das war es jetzt. Ja? Nein, vielleicht. Es kommt halt nicht. Ah. Genau. Jetzt ist es. Genau. Gut. Dann. Jetzt aber. Danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.